Es geht hitzig zu in der Küche des Bauernhofs Schönmoser in Andriching, nahe Rottalmünster. Vier Köchinnen und zwei kleine Küchenassistenten sind fleißig am Werk. Maria Hufnagel, Elke Spohrer, Tanja Hecker, Manuela Schönmoser und die beiden Kinder Johannes und Maria bereiten die Fastensuppe zu. Sie gehört in der Pfarrei einfach zur Fastenzeit. Ich mache mit, weil ich gerne Traditionen unterstütze und es schön ist, wenn man einfach in einer Gemeinschaft etwas erreichen kann. Weil ich es eine schöne Tradition finde und es schön finde, dass man im Sozialen einfach ein bisschen was erreichen kann und mithelfen kann. Weil ich überhaupt eine sehr gesellschaftgebundene Mensch bin. Also ich mag eigentlich überhaupt immer gerne in der Malte irgendwas machen und koche einfach gerne. Damit sich Traditionen in der katholischen Kirche sich aufrechterhalten. Und dass man Spaß hat, dass man was kocht für andere Leute. Das Rezept für die Fastensuppe to go ist einfach. Klassische Hausmannskost, die jeden Geschmack trifft. Das ist quasi eine Grundsuppe mit Sellerie, Karotten und Kartoffeln. Und in die andere Suppe kommt dann noch ein wenig Fleisch mit rein, sprich eine Wurst. Weil wir gesagt haben, machen wir zwei, dass auch die Vegetarier was kriegen. Dass es jetzt in Corona-Zeiten überhaupt eine Fastensuppe to go gibt, ist Frauenbund, Pfarrgemeinderat und Pfadfindern zu verdanken. Auf Initiative des Pfarrers haben sie die Aktion für einen guten Zweck auf die Beine gestellt. Einen Tellersuppe gibt es gegen eine freiwillige Spende zum Mitnehmen. Wir haben uns mittlerweile alle ein bisschen dran gewohnt, an diesem ganze Abstand und alles ein bisschen anders wie normal. Ich hoffe, dass wir uns schnell wieder umgewöhnen, weil es war eigentlich schon immer schön, wenn sich da vor der Kirche am Kirchplatz, der eigentlich bei uns in Rottal Münster schon recht idyllisch ist, finde ich. Da hat man sich ja jetzt sonst getroffen oder auch beim Fastensuppenessen im Pfarrheim zusammengesetzt irgendwo. Das ist halt momentan alles nicht. Ich meine, wie gesagt, die Gesellschaft hat sich dran gewöhnt und macht jetzt das Beste draus. Und so ist es halt auch da, dass man sich jetzt mit diesem to go einfach versucht, das Beste draus zu machen. Und das ist zweifelsohne gelungen. Davon sind Johannes und Maria überzeugt. Die Suppe ist fast fertig. Mh, Mh, Gutes.